Guten Tag, Kinder. Ich bin Frau Holle. Guten Tag, Frau Holle. Warum seid ihr so traurig? Wir haben uns verirrt. Wir frieren. Wir frieren. Kommt rein. Das ist mein Haus. Es ist aus Schnee und die Fenster sind aus Eis. Das Haus aus Schnee. Fenster aus Eis. Nehmt bitte Eis. Erdbeereis, Blaubeereis, Zitroneneis, Apfelsineneis, Schokoladeneis. Ich mag Eis. 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 Ich möchte bitte Erdbeereis. Ich möchte Zitroneeis. Ich möchte Schokolade. Ich möchte Zitroneeis. Ich möchte Schokolade. Ich möchte Schokolade. Dankeschön Frau Hohle. Dankeschön Frau Hohle. Dankeschön, liebe Frau. Nehmt bitte Marmelade, Erdbeermarmelade, Blaubeermarmelade, Apfelmarmelade, Himbeermarmelade. Dankeschön. Ich mag Marmelade. Ich möchte bitte Zitronenmarmelade, ich möchte Erdbeerenmarmelade. Ich möchte Erdbeerenmarmelade. Ich möchte Erdbeerenmarmelade. Ich mag跟我 Erdbeerenmarmelade. Marmelademarmelade. Ich mag de Blaubeerenmarmelade. Ich magißiv brauberemarmelade. Ich mag de Zitronenmarmelade. Eine Beerenmarmelade. Dankeschön, Frau Hohle. Nehmt bitte Saft. Erdbeersaft, Blaubeersaft, Imbeersaft, Zitronensaft, Apfelsinensaft. Ich möchte Apfelsinensaft. Ich möchte Zitronensaft. Ich möchte Apfelsinensaft. Und ich möchte Apfelsaft. Ich möchte Zitronei. Zitronensaft. Ich möchte Zitronensaft. Braubeeren. 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 Dankeschön, Frau Gohren. Dankeschön, Frau Gohren. Dankeschön. Nehmt bitte Bonbons. Dankeschön. 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 Ich muss arbeiten. Ich muss das Federbett auffütteln. Dann fliegen die Schneeflocken. Schneeflocken, Weißröckchen, jetzt kommst du geschneit. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Wer kann helfen? Ich kann helfen. Ich kann helfen. Himm bitte Kissen. So schnell. So schnell. Wer kann helfen? Ich möchte fahren. Kannst du helfen? Ich kann helfen. Seht, ich bin schon sehr alt. Die Arme tun mir weh. Der Rücken tut mir weh. Könnt ihr mir bitte helfen? Ich kann helfen. Ich kann helfen, ja. Nehm die Kissen. Wer kann helfen? Ich möchte helfen. Komm, hilf bitte, Frau Holle. Nimm die Kissen. Okay. Und die Schneeflocken fliegen. Schneeflocken, Weißröckchen, jetzt kommst du geschneit. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. So viel Schnee. Kannst du helfen? Ich kann helfen. So viel Schnee. So viel Schnee. Schnee. So viel Schnee. So viel Schnee. So viel Schnee. Danke, Kinder. Es ist spät. Geht zu Bett. Gute Nacht. 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 Lukiri Nèneら Hans compare... Gute Nacht.